Herzlich Willkommen zu einer außerplanmäßigen Folge Mario Kart 8 Deluxe Online mit Items, Balooie und zum Glück ist noch Miri mit dabei. Miri mit dabei. Der Kunra hat unseren Aufnahmetermin verpasst, wir wollten nämlich eigentlich was anderes aufnehmen, aber wir lassen uns da nicht lumpen und treffen uns auf dem wilden Wipfelweg in Mario Kart. Dem wilden Wipfelweg. Hier hat einer 100.000 Punkte der Makoto und in der Vorbereitungsrunde, die wir gerade gefahren haben, habe ich ihn übrigens abgezogen. Gut, dass das keiner auf Band hat, das war nämlich eine Lüge. Wir haben ein Foto gemacht. Ja, ja, das Screenshot heute didn't help, aber ich glaube die nicht. Ein Foto habe ich gemacht. Ja, ja, erzähl ruhig. So ein Selfie für Insta. Ein Screenflow. Das glaubte eh keiner. Aber den habe ich richtig fertig gemacht. Jemand mit 100.000 schafft Dalu gar nicht fertig zu machen. Ja, das ist korrekt. Die Aussage ist richtig. Vielleicht fährt er sich gerade ein und spielt das Spiel auf einer Banane als Challenge? Der hat mir das alles gegeben. Der hat mir sogar nach dem PN geschrieben, ob ich cheate. Und was hast du geantwortet? Ja. Bestimmt fährt er einfach mit Bewegungsfeuerung. Einfach nur, ob ich cheate? Ja. Oh, items hier. Der Lommi ist aber auch einer gegen den Doodle-Chance, Sass. Auf einem Minimap sieht man ihn noch. Oh, der Link. Was ist los mit dem? Der arme Link. Oh man, also wenn ich 12. werde, bin ich echt sad. Ja, aber wenn der Wild halt gleich noch rankommen. Also wird er wirklich noch, dadurch, dass er halt wirklich guten Stuff noch bekommt. Na, so gut ist's. Miri kriegt Feuuri. Feuer, Feuer, Feuer. Ho, ho. Wieso bin ich eigentlich so weit hinten schon wieder? Das ist ja schon ein scheiß Anfang eigentlich. Die nächste Sache kriegt Miri auch ab. Willst du auf jeden Fall nicht 12. sein? Hast du dich gerade weggedrötet? Auf Wiedersehen. Du hast den Abgrund verdient, Miri. Du hast mich weggedrötet. Das war nicht nett von dir, dass ich das verdient habe. Oh Mann. Du hast mich weggedrötet, Mann. Da kommt ein Blauer. Oh fuck, da kommt ein Blauer. Ich bin da frech. Was zum? Was hat er gerade schon gemacht, der Ganove? Wer? Ja, der Ganove. Wenn der Blaue kommt, lässt er wirklich vor. Also er bleibt wirklich straight stehen. Aber das hat ihm in der Runde davor auch schon nichts gebracht. Ich bin überfordert mit der 8. Sag das aber keinem. Wer führt wieder? Er ist mal weggeballert. Ja, weggeballert. Nein, auf einen Mann an dieser Stelle. Ich kann die Map halten. Oh, der kommt ja blauer, blauer. Oh, ihr Ganoveleys. Sagte ich nicht Überraschung? Ja, aber das ist keine Überraschung. Wieso ist denn hier die Form hier? Hä, auch unschöne Sachen sind Überraschungen. Der hat gestern Taschentücher als Überraschung. Hat er gestreamt? Das ist allgemein. Man kann Baloui für Geld leiden lassen. Das ist der ultimative Ding. Ich liebe das. Die zweite unfaire Blaue, die ich abbekomme. Unfaire. Die Sonne hat nicht geblendet. Der kennt es nicht. Blaue hat mich halt wirklich getroffen. Unfaire ist ja auch ein Zustand, wenn auf dem See auf einmal keine Fähre mehr fährt. Also das ist der Grundstück. Da handelt es sich um eine Unfaire. Okay, jetzt wollte ich zu viel. Oh, ich wurde runtergeschmissen. Ich wollte gar nichts außer Leben und das wurde mir genommen. Oh, immerhin. Immerhin. Oh nein, nein, nein. Nein. Ich verliere wirklich noch gegen Link. Siebter, siebter. Siebter, siebter. Nein, 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 Katze. Hörst du dich mal? Oh, das war so knapp. Nein. Das war so knapp. Das war so eine Mord. Katze macht wieder Minuspunkte. Oh, da, du Dritter. Ich hatte aber auch richtig Pech jetzt am Ende. Ja, ja, Pech sagt man dazu. Hey. Oh, fahren wir die Autobahn. Ja, ich nehme die Autobahn. Hat schon einen Grund, warum nur ihr die gewählt habt. Niemand mag die Autobahn. Ich habe die aus Prinzip gewählt, weil ihr sie hasst. Wollte man direkt bannen, alle, die die Autobahn wählen. Ich habe eine Nelfin genommen. Tschüss, Julius. Mach's gut. Tschüss. Julius eins und zwei. Oh, aber der hat tschüss gesagt und geht gar nicht. Der hat angetäuscht. Lüge. Der hat links angetäuscht und ist rechts rumgezogen. Du kannst ja nicht einfach gehen. Dass das dann der letzte Runde ist. Ach so. Ah. Tschüss. Aber irgendwie kann ich heute nicht chatten mehr hier. Will er nicht. Nee. Komm, Auto. Autowagen. Der eine Mirs auch. Wollten sie ihre Sonnenbrille eigentlich auf dem Kopf haben? Oder wollten sie keine dabei haben? Ja. Hör mal, seine Haare sind halt ein bisschen groß geworden. Makoto. Makoto hat ein 979 am Ende. Ja, der möchte sich gerade runterspielen. 97, 97, 9. Das stimmt. Auch schöne Zahl. Er fährt auch den wilden Wipfler. Da habe ich muss mein Auto wechseln. Der wilde Wipfler scheint ja wiegt der Hammer zu sein. Aber die fahren die kleinen roten Reifen. Nee, nee. Die Slicks fährt. Ich habe das ausgewählt, was schon da war. Ein Auto. Das ist das, was du letztes Mal gespielt hast. Irgendwann musst du es eingestellt haben. Ja, anscheinend. Keine Ahnung nach was, aber passt schon. Die kleinen roten sind geheimnis Dread. Okay. Merke ich mir fürs nächste Mal. Oh man. Ich wurde gegrünpanzert. Oh, heu doch. Das geht gar nicht. Nein, nein, nein. Oh, das war so knapp. Balou ist zweiter verkehrte Welt hier in dem Rennen. Ich bin zweiter, bin dritter. Makoto Yoto ist hier noch vor mir. Das ist Makoto. Oh, Balou hat blaue. Grüne Panzer. Nee, ich habe gar nichts. Das ist Makoto Yoto hier. Oh nein, ach stimmt. Das war der andere. Aua, er hat mich getroffen. Miriam, wieso bist du so nah dran? Erkannte was? Hallo, was ist das für eine falsche Welt hier gerade? Ihr könnt doch nicht 1, 2, 3, 4 hier belegen. Nee, 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 nee. Dann holt euch doch mal den Makoto da. Miriam hat er selbst nicht qualifiziert. Er hat erst mal kurz die Wand geknuddelt. Der Makoto-Folue. Der Makoto-Gedübs-Moboto kriegt jetzt erst mal ein Grün. Oh, was für ein Skillshot. Hast du ihn erwischt? Ja. Nice, lass ihn fertig machen, ey. Makoto-Gedübs-Moboto hat hier, ich mache Feuerball auf Makoto-Gedübs-Moboto. Aua, ich habe mich selber getroffen. Wir alle ihn targeten so. Der Halu fährt auf dem ersten Platz einfach weg und alle targeten den anderen. Ja, wir machen, der kriegt keine 100.000 Punkte heute. Alter, da kommt eine Rackete von hinten. Oh nein, der Cloud-Matter in grün. Leider hat mich... Makoto-Moboto hat mich erwischt. Wie kann der denn immer noch da vorne sein? Ja, der hat mich gerade eben ausgefahren sozusagen. Tut mal leid, ich bin jetzt auf Platz 6. Ich bin nicht mehr so verfügbar gerade. Wie immer, wie immer. Ich mache gar nichts. Nein, die redet echt. Dalu, nein. Oh Gott. Oh, Tulli und Katze. Das tut mir total. Der zweite auch, oder? Der dritte, wie fährst du mit dem dritten? Ja, da, warum auch nicht? Das ist ja... Der war von mir alle drei im Übrigen. Ich habe dich auch lieb, ne? Katze. Nein. Jetzt Katze. Makoto gewinnt. Makoto-Moboto, warum? Ganz knappes Ding. Ganz knapp. Das erzählt es aber auch immer. Lauli, den kriegst du ab. Ja! Da hast du deinen roten, du Kekst. Ihr Kekst, Rosalie. Gibt's gar nicht, Allah. Ich habe Lauli noch ganz kurz weggemacht vom Ziel. Das war jetzt nicht mehr, ey. Das war halt richtig gut. Wieso war Miri sogar noch vor mir? Wann ist das passiert? Als ich Katze mit zwei roten Panzern erwischt habe. Ja, wo du gesagt hast, die waren alle drei von mir. Zwei eindeutig von Miri waren. Ich habe die drei roten hintereinander losgeschossen. Ich habe zwei erwischt, aber einer davon war von Miri. Einer ist an mir vorbeigeflogen. Einer hat mich getroffen, aber nicht erwischt, weil ich da noch in der Phase war, wo man keinen Schaden kriegt. Wie nennt man die denn? Ganz frech die Reifen gewechselt. So, jetzt spielen alle anderen mit den roten. Oh, die sind wirklich gegangen. Aber dafür haben wir einen Tintenfisch in der Lobby. Einen Tintenfisch? Ja. Alle gehen. Ist das ein Tintenfisch? Alle gehen. Ja, die haben Angst vor dir. Das ist ein Tintenfisch. Manche sind wiedergekommen, die haben nur den Fahrer gewechselt. Achso. Alle Krelinen sind mit der Krone noch gruseliger aus als ohne Haare. Ja, aber du kannst ja auch trotz Krone keine Haare haben. Das ist soweit korrekt, aber man sieht sie nicht. Also mir ist egal, wie dann... Nee, das ist auch ohne Krone nicht gesehen. Wenn du eine gruselige Frisur hast, ist mir das egal, solange du eine Mütze aufhast. So, weißt du? Solange ich die nicht sehe, ist mir das ja Wurst. Aber der sieht ja noch gruseliger aus. Toll, Miri. Toll, Miri. Oh, viel Spaß damit. Dankeschön. Ragequid ist da. 497, 979. Hat Punkte verloren, oder? Wer nicht gewonnen, wäre schlimm, wenn... Na gut. Warte mal, 979, 79 hatte gerade eben 97995. Und Blaudi sagt dann, der hat Punkte verloren. Aber du bist nicht so gut, Mann. Du musst bei dir. Chef ist das nicht wichtig. Chef ist das nicht. Wie viel verdienen sie? 17.000 im Monat? Ah ja. Boah, die neuen Reifen sind's. Noch schneller. Bald habe ich 17.000 im Monat. Ich dachte, er soll... Dann stelle ich Dalu bei mir ein, dann kann er arbeiten. Für 17.000? Ah ja. Ah, ich bin runtergefallen. Okay, auch 17.000 im Monat. Malui, was muss ich machen? Ähm... Ah, mir neue Kunden. Eine Instagram-Story. Eine Instagram-Story, okay, geil. Das hört sich richtig an. Ich denke auch, das klingt fair. Danke für den Werbedeal. Kein Ding. Au. Ah, komm schon. Boah, hier wieder die ersten Runden. Da sind wir dabei. Aua. Da sind wir dabei. Das ist der Blaue. Wieso erwischt mich der Grüne und jetzt falle ich auch noch in die Krube? Wo kommen die denn schon wieder alle her? Was ist denn los? Mach' ich. Könnt ihr das vielleicht in Zukunft unterlassen, mir so weh zu tun? So, ich fahre hier völlig solide und ihr macht mich kaputt? Haha. Die war gemein gelegt. Ich fühl mal auf, ihr müsst also wieder blaue schießen. Hoh mal einer am blauen ran. Dalu fordert das Schicksal heraus. Ja, ihr schießt so lange blau, bis ich nicht mehr erster bin. Wie immer. Irgendjemand schießt da drei Rode, natürlich. Oh, Miri. Für dich. Miri, für dich. Hier habt ihr noch so einen Oktopus. Oh, nee. Komm jetzt, da sieht man nix. Nicht an der Stelle hier, Alter, nein. Oh, nein, da ist ein hübschendes Feuer. Jetzt kann ich's nicht mehr sehen. Und jetzt cheaten hier alle rein. Nein, große Gefahr. Der und der Bumerang. Ist das frech. Oh, blau. Da haben wir übrigens blau. Oh Gott, da sind zwei Kugel-Willis. Ich fürchte mich vor den Kugel-Willis. Komm schon, rot, rot. Oh, ja, hier schießt er jetzt halt rot. Hallo, dalo, tschüss, dalo. Ich bin bei Birdie-Man. Guck mal, wie weit hinten ich bin, wenn Baloui vor dir ist. Alter, ich bin einfach geil gerade. Ja, lobt mich mal. Wie weit hinten ist, bin Baloui. Nein, nein, Baloui. Ja, ja, nein, die Bumerang. Nein, die Bumerang. Nein, die haben mich abgedrängt. Sehr gut, Baloui. Schöne Mann. Oh, ich bin hier. Ich bin komplett am Mistfahren. Oh Gott, ich bin sowas von letzter. Oh, nö. Ich hab dadurch jetzt geskippt. Ich bin völlig... Ich hab gerade irgendwas geskippt, um es zu wollen. So, what? Wieso ist Miri schon wieder vorne? Oh, Alter, der vorne ist. Komm schon, jetzt irgendwas zur Rettung. Oh, okay, das ist keine Rettung, aber okay. Nein, komm schon, schneller. Schneller als Miri, schneller als Miri, schneller als Miri, schneller als Miri. Darum fällt man da runter. Bin ich schneller als Miri gewesen? Also, ich bin ja jetzt... Bitte, 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 bitte. Mit dem... Schneller als Miri. ...onnahlich Verletzter. Karte. Miri auch besser als der Hunderttausender, stark. Yay. Das heißt nix. Das ist ein guter Tag. Jetzt bin ich traurig. Der geht jetzt wahrscheinlich. Warum ist das heute eigentlich alles so gut? Warum läuft denn das so? Wir sind wahrscheinlich alle klein. Wir machen ja international spielen. Das ist so dämlich eure Begründung. Es war aber so klar, dass es kommt. Wie schnell wir in eine Lobby kamen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, der Mako Yoto ist wirklich gegangen, oder? Kann ich verstehen. Ja, der ist raus. Er hat so auch von uns aus dem Maul gekriegt und so, nee, dankeschön. Er hat sich gedacht, jetzt bin ich eingespielt, jetzt spiele ich wieder Rikki mal. Ihr guckt dir das an, jetzt ist Vicky weg. Ja, aber das Vereinigte Königreich tritt jetzt an. Oh. Der Grey Player. Brexit incoming. So, jetzt sind wir die Stärksten der Lobby. Ja. Na, fühle ich mich auch so. Dankeschön. Das gibt mir Selbstmusten. Der hat gesagt, wenn ich einen Dreitausender fertig machen kann, dann sheetet der. Und da hat er keinen Bock drauf. Achso, ja. Juhu. Juhu. Muss man analysieren, wo Dalu mal so hergurkt, damit ich mir jetzt eine Rode ins Gesicht... Oh, er hat den Pumper. Ich natürlich blocke. Miri, für dich. Ja, ja, ich gemerkt, aber das war Zufall. Oh, du bist so gut, nein. Was hast du denn mal getroffen? Oh, du hast das ein bisschen Pumper auf mich gemacht. Oh, der hat getroffen? Mach mal dir ab. Ja, irgendwie passen wir alle vor die Wand. Der hat den auch getroffen, ja. Ich bin elf da. Oh, der rote, der rote von Miri, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Das nennt sich Rache. Das nennt sich schlecht. Das nennt sich nicht nett sein. Nicht nett. Uns nett ist das. Oh, oh. Das ist ein neues Wort dafür. Oh, oh. Oh, oh. Oh, komm schon. Der Trödel. Das ist nicht wahr. Mich erwischt der Grüne auf dem Feld. Und ich fahre gegen die Scheißlattel. Der hat dich erwischt. Der hat dich wirklich erwischt. Der Grüne auf dem Ding hat mich wirklich erwischt, ja. Ja, vielen Dankeschön. Ey, da, du, Alter. Oh, danke schön. Da lauten auch noch einen EP, das war's. Wie er mich da reingedrängt hat. Komm, Miri, den nächsten kriegst du auch wieder. Wenn ich wieder einen Grün krieg, dann kriegst du den auch. Halt dich, aber der lag da so schön. Komm, gebt mir das. Aua, gebt mir was. Hast du Feuer bekommen? Oh, ne Bombo. Ihr habt da ne Bombo. Uh, die Bombo hat was getroffen. Peace. Blauni, bitte für dich. Nein, nein, nein. Warum bin ich hier auf Platz 2? Wieso bin ich auf Platz 2? Wieso ist das so ein Pulk hier immer die ganze Zeit? Komm, rote Rakete, komm. Warum bin ich auf Platz 1? Ich fahr hier halt echt dagegen. Nein, er hat mir mein Item genommen. Das ist zu viel, Tom. Oh nein, OP-Boomerang. Hallo, ihr habt wieder nix. Hier, gönnt ihr eine Banale. Gönnt ihr? Nein, die nehmen uns ein, die Invasionsflotte. Ich warf für eine Sekunde Platz ein. Nein, ich bin ins Wasser geplomst. Oh nein. Mir macht das Sorgen, dass Blauli anscheinend eine Invasionsflotte hat, die man ihm nehmen kann. Schön, schön, schön. Ich bin elf da. Oh nein, Sterne um mich rum. Was soll das? Nein, nein, nein. Hier ist der Rode für dich. Komm, gib mir Gezübers über eine Rakete, Mann. Der rote Danu. Wir wollen doch gewinnen, ey. Dann schießen wir doch nicht auf den zweiten ab. Ey, ich bin halt dritter. Ich möchte halt auch vor. Wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen. Wir sind einige Eintentionen beim Gewinnen hier. Interessant. Au. Nein. Super wichtig. Damit kann ich abkürzen. Nein, die Lechzeit-U-Bahn. Die U-Bahn-U-Bahn, die blockt mich. Die U-Bahn hat mich super geblockt. Diese scheiße U-Bahn. Ja. Die U-Bahn hat mich auf Nacht geballert. Die scheiße U-Bahn. Auch besser als keine. Auch die haben sich an die STVO zu kümmern. Aber wenn es eine U-Bahn wäre, hättest du die denn überhaupt sehen können. Ja. Ah, jetzt Autobahn, Autobahn. Das ist ja keine Infrarot-Bahn. Das ist ja trotzdem sichtbar. Das ist ja nicht unsichtbar. Aber U wäre sie unterirdisch. Das ist leider nicht richtig. Aber Louis, hast du die auch mal... Die U-Bahn in Stuttgart fahren ziemlich oberirdisch. Das mit der U-Bahn, das ist auch nur in Stuttgart so, dass die oberirdisch fährt. Überall sonst auf der Welt ist U-Bahn, U-Bahn und unter der Erde. Das geht teils, teils. Also bei uns fährt die auf beiden. Aber wenn das, was das ist, ist eine Straßenbahn gewesen. Ja, und eine Straßenbahn ist bei uns die U-Bahn. Nein. 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 Nein, das ist jetzt nicht passiert. Nein, sorry. Also das kann ich nicht. Ich gehe jetzt Rage quitten. Du gehst jetzt Rage quitten? Was denn? Souls Autobahn. Wir fahren Autobahn. Das war es mit der Folge. Ich beende die jetzt einfach. Warum? Weil meine Map genommen wurde. Ja, wie kann denn das sein? Keiner wollte die Autobahn. Nur bei Louis. War wirklich nur eine einzige dabei. Das ist so traurig. Das ist überhaupt eine, die genommen hat, ja. Ja. Verstehe ich auch nicht. Ich bin ja aber fast sicher, dass der in der nächsten Folge nicht mehr in der Auswahl für Maps sein zu sehen wird. Ne, der darf keine Maps mehr auswählen. Die Verantwortung ist zu viel für ihn. Oh, ist die gut, die Strecke. Macht die Spaß. Oh, diese Drecksautos. Hier, Miri, für dich. Über Bande. Oh. Er ist irgendwo auf dem Gegenverband. Okay, das ist gut aufgehoben. Er hat irgendwo... Nein, nein. Nein, komm, wir erwischen, dann gebe ich ihm. Ich weiß nicht, was er auch schon probiert hat. Also gerade eben 100 macht dir ja richtig Spaß, ne? Also so gerade jetzt mit 100 CC... Ja, 100 ist jetzt selber da auf 200 zu fahren. Fies, 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 fies. Stell dir mal vor, die allgemein zu fahren und nicht zu schleichen, wäre lustig. Nur weil die Autos schneller sind. Wieso bin ich jetzt Platz 10? Was ist passiert? Ich bin 12, alles gut. Ich war gerade eben noch Platz 2 und jetzt bin ich Platz 10 und ich weiß nicht, was... Oh, wer klaut mir da meine Defense? Komm, gib mir mal hier eine Rakete. Das wäre doch mal nice, oder? Überband, der, der trifft? Ja! Der verreckt gleich, er hat seinen eigenen Lachen. Nein, Roter! Oh, er ist immer noch da, der Rot ist immer noch legendisch. Äh, existent. Legendisch? Oh nein. Ich will was für Dalu da lassen. Ja, hol mal eine Blaue da raus. Nein, geht nicht. Ich bin zu weit vorne für eine Blaue, aber... Nein! Und jetzt kriege ich den ab. Ihr habt doch eine Banane. Fahrt rein, ihr. Oh nein, ich fahr rein. Das ist eine blöde Matt. Wer will die eigentlich gemacht? Oh, ich habe jetzt die Runde erster. Jetzt dürfte ich mich gerne abschießen, damit ich Achter werde. Ich bin bereit. Du, wenn du da bereit bist, kein Problem. Miri! Miri! Boah, wie er hier fast eine halbe Runde vorne ist, ne? Fast eine halbe Runde. Hallo, Blaulie. Also Katze, danke für deinen Pilz. Bitte, kein Problem. Gerne wieder. Da, wo du lügst. Oh, wer hat denn deinen Kugel, Willi? Oh, lol. Selbst mit Sternen kannst du an den LKWs nicht vorbei? Doch. Du kannst die Straßenbahnen theoretisch auf der anderen Map komplett wegnuten, wenn du ein Stern bist. Nein! Aber hier auf der komischen Map kannst du mit einem Stern nichts außer lachen. Du fährst eigentlich durch die alles durch. Der ist gerade nicht weggestürzen. Dann hoch. Mann! Gib mir auch einen Kugel, Willi. Gib mir auch einen Kugel, Willi. Ist das dein Ernst? Der hat gerade eben... Oh, D-Sync. Okay, von mir aus Dritter. Ist in Ordnung. Nein, da kommt jetzt der Kugel, Willi. Och, das ist doch scheiße. Der Kack-Kugel, Willi. Mensch, würde mich das stören, wenn Blaulie fast vorletzter wäre. Das wäre schwach. Ja, das war wirklich nicht gut, aber das lag auch an der Map, ne? Das hast du verdient, Balouie. Jetzt kommt noch das finale Rennen, ja? Das wird stark. Och, da ist... Och, der lächelt schon so. Der muss. Das ist doch eine gute Strecke. Ach, wie sie einen direkt anlächelt. Diese Armada aus lächelnden Kühen, die liegt jetzt. Alle Kühe sind toll. Ich hab daran Spaß. Tut mir leid. Ich will eine Kuh streicheln. Streichel die, streichel die, streichel die. Ich kann mich nur nicht daran erinnern... Und einer Vulkan-Groll. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass Kühe so ein Lächeln haben. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Kuh einen Nasenring hat. Aber das haben normalerweise die Rinder, wenn ich mich nicht ganz täusche. Darf eine Kuh das jetzt nicht tragen, oder was? Vielleicht ist sie Bat-Cow. Du kannst mir nicht vorschreiben, was sie tragen soll. Wer kennt's auch nicht, wer kennt's nicht, ne? Batman und sein Sidekick Robin, beide mit Nasenring. Ich meine Bat-Girl, Bat-Cow, aber schon okay. Ne, geh nur mal von Batman aus, schon okay. Ja, Bat-Girl ist ja trotzdem... Oh, nicht Bat-Girl als... Ach, halt doch die Schnauze jetzt. Bat-Girl hat doch auch keinen Nasenring. Was redet der? Mann! Ich weiß das. Ich bin... Ah, rot. Was, rot? Da war ein roter Panzer, der hat mich auge gemacht. Ich bin rot. Ja, ich hab nur rot gesehen. So viel zum Nasenring und Stiel. Wir müssen Dalu aufhalten, das ist euch klar, ne? Ey, warum denn? Das ist so unser Ziel, oder wie bitte? Ja, das ist... Oh, ich bin zu doof, geradeaus zu fahren. Ich halte niemanden auf. Beschenke! Peter! Franz Josef Gruber. Hallo, hallo! Ich bin ja nicht so weit weg von hier, mein Freund. Hast du keine Eide mitgenommen, das ist traurige Geschichte. Oh, hier, ich hab ja zwei. Aber auch eine Banane, pass mal auf. Die wird dich hier umnatzen. Oh! Du hast im Übrigen die Kühe verpasst, und ich hab sie erwischt. Das ist Skill. Könntet ihr mal bitte schon mal einen blauen holen? Da du möchtest. Hat mir angerufen, hat gesagt, äh, Balu, schick mal einen blauen. Du meinst, wie neulich mein Dünnermann angerufen hat? Wer klaut mir denn die ganze Zeit meine Sachen, ey? Oh, da ist direkt jemand in den Gruben gefahren. Oh, einmal wurde ich bestohlen. Heu doch. Da ist ein Blauer. Nein, nein, geh weg! Willi! Das war so gemein. Der Willi kommt. Hier schießt ein Blauer auf mich in der letzten Runde und die dicke Katze schlaucht sich in meinen Eidem. Nee! Was, und die dicke Katze schlaucht sich über den Eidem? Du hast meinen Eidem geklaut, der dicke Wario. Ich hab dein Eidem gestorben? Ja. Das war Notwehr. Ich dachte, ich hätte Vorsprung. So gemein. Okay, jetzt kommst du noch mal der letzte Eidem entscheidend. Opie Boomerang. Ich hab einfach nur drei Bananen. Wie blockt man denn? Ich hab keine Ahnung. Opie Rang. Ich hab ihn noch ausgeschalten. Und jetzt noch der letzte. Der zweite. Der zweite. Nein! Ich bin... Ich bin... Ich bin sechsster. Ich bin sechsster. Ich gucke, der Boomerang wäre ich letzte Zweiter gewesen. Aber er schießt mich auf den sechs. Ateinander. Oh. Da hab ich extra auf einem gezielt, den letzten. Das hätte er auf jeden zielen können, aber er nimmt mich. Sehr schön, ja. Eine kleine Runde Magerkrachtelux ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den Anker unten vorbei. Bis dahin macht's gut. Bleibt still feuerin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020